Welches relationale Datenbank-Management-System soll ich lernen? Heute sehen wir uns mal die aktuell gängigsten Management-Systeme für Datenbanken und ihre Einsatzfelder an. Die gängigsten vier sind aktuell MySQL, Oracle, H2 und SQLite. SQLite findet seinen Einsatz besonders im Bereich von mobilen Anwendungen, wie zum Beispiel beim Android-System für euer Smartphone. H2 ist eine auf Java basierende Datenbank, welche in Memory laufen kann. Daher wird sie auch gerne für Tests benutzt und, wichtig, sie ist kostenlos. Oracle ist eins der am weit verbreitetsten Datenbank-Management-Systeme weltweit, welches besonders im Enterprise-Bereich zu Hause ist. Es gibt auch eine Version mit weniger Funktionen, die ist aber dafür auch kostenlos, denn die Enterprise kostet auch dementsprechend Geld. Nun kommen wir zum letzten System, welches ich hier vorstellen möchte, MySQL. MySQL ist wie Oracle eins der weit verbreitetsten Datenbank-Management-Systeme der Welt. Sie findet oft bei Web-Anwendungen ihren Einsatz. Da sie Open-Source ist, werde ich dieses Datenbank-Management-System auch hier im Videokurs verwenden. Einen Link zu den vier Management-Systemen findest du unten in der Videobeschreibung. Kennst du noch weitere gute Datenbank-Management-Systeme? Dann schreib sie unten in die Kommentare. Ich ergänze sie dann unten in der Liste. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao!